Ja, hallo und schönen guten Abend, ich bin Laura von Northgaming HD, heute mit einem neuen Projekt, ich glaube, ihr habt euch vielleicht schon erkannt, Auto Survive, und jetzt endlich mal lernen, wie man überlebt. Natürlich wie immer mit dabei, Kameramann, Servo. Hallö, lö, lö, lö. Kann man das Spiel noch leiser stellen wieder? Naja, ja, 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 ja. Ist mal wieder sehr laut. Ich hoffe, es ist... Dann werde ich angenehmer. Angenehmer? Hoffe ich, hoffe ich, ich hoffe, dass es so abwärts angenehm ist. Oh, kurz Schwarzbild, ich muss hier kurz reinstellen, so. Schon wieder da. So, was müssen wir jetzt machen? Achja. Sprechen. Ja. Überlieben, heute. Vater aus Spieler 2. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Wird gebissen. Wird gebissen. Wird gebissen. Hier gibt's Heilpflanze, wir sollen ihm eine bringen, um seine Schmerzen zu nennen. Ja, dann bringen wir ihn mal eine, ne? Machen wir das. Machen wir doch. Jetzt ist es. Du musst eine Heilpflanze, ich muss aber noch den Sound einstellen. Ja. Du weißt, wie superprofessionell heute hier. Guck mir, wo ist denn? Stimmt, mein Bekater. Oh. So. Da, nicht einer. Ist aber doch keine Heilpflanze? Nee, hier ist noch keiner. Hier ist keiner Heilpflanze. Da ist einer. Da ist einer. Ja. Oh, okay. Da haben wir eine Pflanze für den. Fürs Pübchen. Ach, du kannst auch runter springen. Ah, runter. Runter geht immer, nur rauf nie. Ah. Okay. Thanks, pal. Hm, Pflanzen schmecken geschissen. Das ist aber sehr gut zu wissen. Du brauchst sie dir selbst. Das stimmt allerdings. Okay, erste Aufgabe abgeschlossen. Und wir lieben noch. Ja. Ja, das ist das wichtigste. Auch lieben wir. Ja. Noch eine. Hey, mein Name ist Andrew. Oh, das ist Andrew. Ich bin nicht sicher, wie ich hier endete. Es ist ein bisschen haus. Aber dieses Ort. Es ist ein Nachtmärz. Seit einer Woche. Ich bin einer der kleinen Überzeugung. Es ist ungefähr eine Woche, seitdem wir versucht haben und versucht haben, diese Eiland zu entfernen. Es ist unmöglich, dass wir wegkommen. Viele von uns werden sterben. Viele von uns werden sterben. Ja. Das war ein gutes Essen heute. Ja. Ja. Ich bin cool. Warte, Walking Dead. Ja. Warte, Walking Dead. Walking Dead? Ich habe Walking Dead gesagt. Wer hat Walking Dead gesagt? Ja, Andrew hat Walking Dead gesagt. Die Toten wandern. Ja. Du findest ihn auf der Beach. Auf der östen Seite des Eilandes. Hör. Warte. 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 Die Eiland ist schockiert. Hier. Wahrscheinlich. Hier. Ich habe einen Holzstock. Hast du auch einen? Nein, los. Kein Stock. Nein, natürlich habe ich wieder keinen Stock. Oh. Okay, auf gehts. Wie geht das jetzt? Okay, links ist hauen. Das ist schon mal gut. Ach, okay. Ich kann auch noch aufnehmen. Machen auf! Er hat einen Medikid. Er hat einen Medikid. Gucken wer zuerst eins braucht. Na Kovac, Kovacs Rules. Das hätten wir euch mal genießen lassen. Ich verstehe den Sound bei dem Spiel nicht. Ich verstehe den Sound bei dem Spiel nicht. So? Jetzt sind die Stimmen so leise. Aber die Musik soll lauert, obwohl ich die Musik noch niedrig habe. Oha! Du hast doch gleich den Arm abgelassen. Ja, ne? Cool, ne? Ich verstehe auch nicht in Zombie-Filmen. Die greifen hier sofort in die Eingeweide-Kiste. Ja. Sofort, ohne Probleme. Wie sagt ihr das? Die Stimmen hab ich schon so hoch. Oh, ich hab Rottstock. Ich hab Rottstock. Ich hab Rottstock. Ah. Hast auch einen Stop? Gut. Ich hab jetzt auch einen Stop jetzt für mich her. Das ist auch eine Rünze. Oh, wie ist das nicht einfach jetzt ein bisschen gemacht. Oh, oh, oh. Oh, du hast mir voll einen Aufenthalts gegeben. Also Zombies haben mich noch nicht gebissen, aber er. Er verprügelt mich wieder. Ja. Was haben wir hier? Oh, medizinischer Brei-Umschlag. Mmh. Lecker. Heilpflanze. Das war auch noch so eine Regel. Ja, die lassen uns immer hier. Kippe doch. Boah. Bodyslam hier, Alter. Von Bodyslam. So fett. Voll den Kopfzettenträger. Voll den Chokeslam gemacht, Alter. Hast du das gesehen? Voll den Chokeslam gemacht. Gut, er hat er nur so günstig im Steam-Zerver. Da kann man nichts falsch machen. Ja. Hier so ein bisschen Party-Spaß und so. Das ist schon ganz cool. Oh. Warte, gibt's ja noch was im Looten? Okay, aber noch ein Buch. Dann sabbel mal auf. Kovax Rules. Hm. Nahkampf. Nahkampf. Wieso ist eigentlich Controller steuern, obwohl ich gar keinen angeschossen hab? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, warum eine Polerstäubung angeschlossen ist. Ja. 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 Das sind noch ein paar. Jawoll. Jawoll. Ja. Da hab ich in Tiger Woods gemacht. Ich will das hier irgendwo ja vielleicht noch. Ein Pflänzchen oder so. Auch gerade rum. Guck mal. Hey, ich bin guter Fang. Oh, da kommt wieder welche. Rot. Da ist doch einer. Lieber weg, sonst haust du nicht wieder. Wo ist er denn hin? Achso, hier vorne drüber. Sieht aus wie der eine von Midbusters, das ist ein bisschen, nur ein bisschen älter, das Bild, auf der Karte. Ja. Der Adam. Der Adam? Ja, Adam, wie ist er nicht Adam? Und Heidemann. Ja, Mann ist da. Ja, stimmt, hast recht. Der Adam. Da oben ist noch ein Büchlein. Soll ich stößt ja die ein bisschen weg, wenn man die mit F tötet. Jo. Einsammeln? Ja, okay, sammeln ich ein. Jo. Kovax. Healing. Ausweitung. Ah, ist eine kleinere Blessur, ne? Ja, natürlich, ständig. Ne, look, die Fasse drauf, er geht einfach. Ja. Der ist durchgeschnitten. Aber er ist geheilt. Oh, Feuerstein. Feuerstein, ja. Ach, guck mal, da liegt dein Kumpel. Konntabigen sind. Bäm. Ja. Oh. 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 Oh, ich habe wieder Krieg ein. Oh, er verletzt mich immer. Vielleicht schon mit dem Rundumschlag. Oh nein, aber kein Stoff. Das. Boge. Ja. Aber ohne Pfeil und Bogen wird da, glaube ich, nichts, ne? Ist hier noch was? Da, Werkzeugkasten. Werkzeugkasten. Das ist ja weg, oder? Ne, sonst ist nichts. Hey. Okay. Oh, come on. Andrew liegt da hinten rum, der wurde gegessen. Ja. Ja. Hm, der hat wohl auch gebissen, als ich jetzt in seinem Beiler geschenkomme. Ich bin nicht in Walking Dead, ne? Habt da was hilft? Ja. So, was about you? Have you any teeth marks to declare? Weiß man nicht, ne? Oh, no. Well, and you got here what with just a stick? I'm impressed. Hi. Listen. If Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. Hi. You've got to help me. Here. Take this. Was vor dir nicht, ne ganze Wagenladung scheiße. If you want to stay alive, you want to have to use it. Comprende? Comprende? Ja. Comprende? Ja. So schnellen Machete halten, ich bleib beim Armholenstocken. Stimmt, na? Oh, we're on the shelf. Oh, Level-Aufstieg. Oh ja, Level-Aufstieg. Level-Aufstieg, ja, das ist das jetzt hier. Da, ach, da eben. Moment, da. Brand-Munition? Kann ich schon. Hey! Hast du das schon? Meine Grundfertigkeit. Ach so, Campfire wissen wir ja jetzt, ne? Geht ja nix anderes. Oh, da ist er noch. Noch haben Bock. Go back! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Zombie-Grill. Lecker, lecker, Zombie. Ja, schön durch, bitte. Hier oben ist noch so ne Tür, Alter. Ja. Ja, hau drauf! Ja, eine Flasche. Ist ja gut. Ja, meine Fackel mit. Hm, Wasserflugzeug. Wir unten kommen. Es gibt noch viele Kreaturen. Nachts erscheinen. Ach, Leute! Es sind nicht schlimmere Viecher. Ah, stimmt. Gut, wo ach ich mal eine Lampe? Ahh! Hallo, Jocla! Ja, der Jock's gar nach. Schöne Weihnachten gar. Ich hole mich in die Taschenlose. Ja, weiß ich nicht. Das Lagerfeuer, das finde ich. Ist doch ein. Okay. Aller geschnallt. War das jetzt nur mit dem Drehen? Wollen wir fahren, bitte. 1 und 2. So, was noch? 1 und 2, tappst du durch. Ich seh's, gut. Da sind Zombies! Jetzt stecken wir die in den Rand hier, Alter. Sind wir jetzt hier lang schon? Nee, wir mussten hier oben lang. Ach, der hat noch eine... Wir haben die Aufgabe noch gar nicht. Nee? Okay. Okay, ein vollen Kanister. Vollen Kanister. Okay. Dann besagen wir doch mal einen Kanister Benzin. Ja. Hier, hier, hier. Drück mal durch. Was? Drück mal, weiter. Ich hab weiter. Okay, jetzt können wir. Das müssen wir... Okay, nach der Ruhe. Machst du recht. Wir sind da welche auf der Spur. Wir sind immer irgendwie welche auf der Spur. Wir sind immer irgendwie welche auf der Spur. Kovac. Kovac. Spiele! Kovac! 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 Oh nein! Überleben bei Nacht! Ohhhhh! 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 But they hate their life. Ohhhhh! Ohhhhh! You can easily keep them at bay without torch. Ohhhhh! 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 Das war toll, wenn bei dem kleinsten Windstuhl schon das Pfäckliche hinausgeht. Ja, ne? Aber irgendwie finden wir kaum einen Loot, ne? Letztes Mal haben wir so viel Stoff, die wir jetzt schon mal ausprobiert haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Oh, das kommt alles noch. Oh, ich nehme hier das Ding auf. Ist ja auch nix dran, ne? Und das! Oh, da fressen sie. Ich bin tot. Das schönste Hackstück wird. Dann müssen wir hoch, glaub ich, ne? Können wir hoch, ja. Willst du die wieder anstecken? Oh, das ist schön. Oh, da wär irgendwie noch nix essen und trinken müssen, ne? Kommt ja später wieder, ne? Kommt mal. Kommt mal. Kommt mal. Entschuldigung. Hier hoch? Oh, hier ist ein Stück Stoff, guck mal. Oh, ein Stück Stoff. Ich guck nach unten. Deiner kommt. Äh, der kommt bestimmt recht. Ich hör die das. Kommt schon vor mir bei Eldai was hier. Ja, so ungefähr. Ich hab's hier nicht durch. Hast du den Jump gesehen? Da ist einer von den übeln. Zwei. Ach, die ist so komisch. Nein, der dir. Jetzt bretter. Ja. Ja. Na, nehmt er noch. Lass ihn rankommen. Voller Leben. Aber ich licht'n Puch. Oh, Nang-Buch. Nang-Buch. Machen wir einen Pieks am Ast für eine Rolle. Und einen Pieks am Ast. Okay. Ein Stück Stoff wieder, ein Stück Stoff. Ein Stück Stoff? Ja. Aber schon dringend. Ah, den brauch ich ja noch gar nicht. Okay. Hast du ein Stück Stoff? Ich hab'n Stück Stoff, ja. Oh, meine Fackel ist aus. Verdammt. Au, deswegen musst du mich nicht schlagen. Hier unten ist irgendwo ein Feuer, oder nicht? Ja. Dann kann ich irgendwo mal eben bauen. Da. Ja. Hallo. Da ist ein Mett-Kit, wenn er eins braucht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Weil damals ja nicht gerallt haben. Ja. Dann haben wir gut. Leere Flasche ist hier noch. Hier war ich jetzt noch mal zu sanft. Okay. Oh, ich glaub' jetzt kannst du die noch nicht kochen. Doch, ich hab' meine gekocht. Auswehen? Ah, doch. Stimmt, ich muss auswehen. Ja, guck mal. Da haben wir schon mal essen und trinken, ne? Lichtig. Ich hab schon nen Bogen. Und nen Bogen hast du. Hier ist noch ne leere Flasche. Oh, Zombies. Oh. Ha, ha, ha. Okay, hier ist noch nen Bogen. Topenbuch. Kova Cools. Achso. Achso. Wojo. Hab' ich schon hergestellten. Machete. Ha, ha, ha. 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 Okay, du weißt bescheid. Dann muss ich dann die Zombies in den Puppes schießen. Ha, richtig. Okay, wenn wir dann einer die Luke da aufmachen. Ha, ha, ha. So. Stück Stoff nehmen. Den Sinkernester nehmen. Don't say dogs. Ne? Wieder aufnehmen nachdem du sie aus dem Puppes geschossen hast. Na? Und das ist ein Dorf hier. Und ich find das gut. Die Zombies brennen hier schon. Lichterlo. So. So. Okay. Oh, ein Stück Stoff. Achso. Oh, ein Stück Stoff. Oh, ein Stück Stoff. Wir können ja eh noch nicht schlafen oder so. War doch so. Ne, bis später. Ne, ich glaub die können wir schon schlafen. Können wir nicht. Ja, die haben ja noch keinen. Wir haben ja noch gar kein Schlafen. Hier muss doch erst zu machen hier. Aber wir haben doch gar kein Bedürfnis nach Schlaf. Da kannst du doch trotzdem machen. Hier, guck doch her. Siehste? Katze nicht. Oh. Deine Klugscheißerei immer. So. Oh, was hab ich denn gegeben? Wir können nicht mal speichern. Oh. Dann hast du den Benzin abgefüllt. Brauchst du nicht. Wir brauchen nur die Kassenliste hier. Aber der ist doch leer. Voller Benzin. Nein, voller Benzin. Oh, der ist voll. Ja. Na, Stoff. Da hätt ich noch'n Buch. Holzstock. Noch'n Holzstock. Nehm. Pfeil. Klassischer Pfeil. Weiß ich ja genau. Wenn man die macht, kann ich mir noch merken. So, ja. So, ja. Hier unten. Da ist noch ne Heilpflanze. Ey, der hat die ganzen Heilpflanzen. Ich will mich auch wirklich keine haben. Ne, ich hab grad mal zwei Stück. Ich hab' nur eine. Ich hab' schon so einen Umschlag. Aber ich krieg' ja von dir ständig eine auf'n DZ. Ja, das ist doof hier mit dem... Ne, zwei im Nahkampf sind hier die ganze Zeit. Stoff. Wir müssen einfach nur die Pflanzen besser aufteilen. Was für deine Fackel auch immer nur willend um dich. Ja, nicht so gut. Schön, wenn die brennen, dann machen die noch ein bisschen Licht. Ich hab' jetzt noch ne... Denken, willst du aufmachen? Ne, nicht. Aber brauchen wir ja noch nicht. Merk's durch Koffer. Wollen wir hier unten gucken, wie finden wir immer noch ne schöne Pflanze. Ja, ne blauwe. So, ich fuckle mal hier ab. Fuck ich schon wieder aus. Ein Pfeil hab' ich ins Nirvana geschossen. Ey, ein Pfeil. Genau in dem Moment, wo ich wahrscheinlich auf den gezielt hab, hast du den wahrscheinlich umgehauen. Kann sein. Ja, irgendwie laufen wir falsch. Ach scheiße, ich muss Verband nehmen. Können auch mal eins machen. Würde mir ja gerne eins machen. Dann hoffen wir ja gleich mal eine finden. Ja, die sind ganz schön rar hier jetzt, Muttern. Ah, hab eine. Wollte ich jetzt pfeilen. Aua, aua. Geh auf mich zu hauen hin. Ah, oh. Schau ihn den Schädel ab. Ich kann nur noch ein bisschen hören für euch. Damn. Komm mach mach BÄM BÄM BÄMLDI BÄM Psst Schon wieder! Die gleiche Ruf Ist da alles? Was ist alles hier? Sieht so aus Sieht so aus Immer Wetter, Wetter, Wetter auf die Zombies drauf Die erste Nacht haben wir überstanden Gott sei Dank, wir leben noch Eieieieiei Ich schwieg dich Ja Ey, sag dir das? Okay, wir sollen nach da oben gehen Ob ich für einen Vogel erwische oder noch Oh Nicht so ein Fische anzünden hier Ja, tut mir leid, ich hab nur sowas tolles wie ne Machete Ja, aber du hättest ja auch kurz an dem Feuer bei dem Typen Deine Fackel wieder anzünden können Ja, das stimmt, das hätt ich auch machen können Ja Dramatische Musik gehen wir dazu Hehehe Wir müssen gleich sterben werden Vielleicht sterben wir ja Oh nein, da war ein Vogel Oh, da war ein Vogel Da ist ein Vogel, stopp! Bei! Oh, einer ist weg Ist hier noch einer? Hier ist noch ein klassischer File von dir Echt? Ich hab's doch eingesammelt Achso, einer Headshot Da ist er Da ist er Das ist Kovac Das ist Kovac Das ist Kovac Wir reden jetzt mit Kovac Oh, so you are alive! After all that commotion in the village I expected to see you dead But you're alive Good Trying to break into one of my huts Was not a good idea I think you realize this now So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem It's the same for me All a haze I'm Kovac Nice to meet you Don't be alarmed by the... Get up Just a kind of protection You know? I've been on these islands for several weeks I know a little about survival So I built a simple shelter And able to find out You look a little... You look a little... I'm a bear But don't worry Jump in my boat I will teach you some basic rules of survival You'll be dead For you or without them No affair He will be on his island He will be on his island Yeah I don't know what in the horror movie is I'm gonna send you one of my house And then... Via Antelborn, right? Yeah, so about Okay We've got a new band We've got a new band We've got a new house We've got a new house We've got a new house Holzachs Holzachs Can I have your hand? Yeah, we've got a filter Oh no... What do you need? What do you need? I don't know I don't know Maybe a Feuerstein Have you a Feuerstein? No, I don't I don't Give me one Gucken Samfügen Samfügen Na... Dann brauche ich bestimmt noch meinen Werkzeugkasten Werkzeugkasten Kann ich die auch geben? Ja... Dann... Gib mir mal einen Hab ich, hab ich Samfügen... Ja... Jetzt hab ich noch Holzachse Ähm... Oh... Wacht bestimmt bisschen mehr, aber als so ein... ... als so ein einfaches... Stöckchen? El Homo? Ne Horno. Horno. El Horno. El Horno? El Homo? So, wir sehen noch bestimmt mehr Sachen. Das mal looten bevor wir... Hier ist eine Taschen-Laschenlampe. Hier war auch was. Aber heute stockt das gut. Hier kann man noch mal aufmachen. Ja, mag das. Noch mal Feuerstein. Und noch mal ne blaue... Ja, Molotov, guck dir. Molotov, wir haben auch noch nie gemacht. Oli. Brauche ich eine Flasche und Benzin und dann... Okay, jetzt haben wir alles hier. Ja. Jetzt spreche ich... Welcome to Kovac Land. Kovac Land. Yeah. Du merkst ja diesmal wie man die Schrotze baut. Hi. Ja. 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 Kann ich nicht nochmal... Ja. Du kannst doch schon euer Level? Nee, ich muss ein paar Mal noch mal ein verband. Ja, das sieht schon... sehr doof aus. Erst mal essen, ne? Das schwammelt der Haut, schwach auf das Gehirn. Ja, wir müssen was essen, ja. Du musst essen, aber erstens, du musst etwas Essen holen. Du kannst hier viel Essen holen. Als du kennst, wie du spätst, probierst. Geh nach der Headland. Find zwei oder drei Routen, um zu essen. Du fühlst besser, sofort. Wenn du mehr Informationen brauchst, dann referierst du zu meinem Buch. Sei vigilant. Infected Soldaten können... Danke. Oh, die Stimme ist lustig. Kannst durchkriegen. Oh, mein O-Samba. Oh, da kommen jetzt die Zombies mit Helm. Oh, so, da hat er gleich aufgenommen. Stopp. Hier ist nur eine Heilpflanze an. Ne, hier ist eine Wurzel an. Deine ist noch eine zweite für dich. Ah, jetzt hab ich zwei Helme wieder hier. Die sollen wir jetzt zwei Stück messen, ne? Hab ich. Ja. Aufgabe noch nicht fertig. Gucken. Das ist schlecht, warum ist ja noch nicht fertig. Ach. Ja, das ist doch das Buch. Ich hab jetzt noch mit dem Zombe. Kordal Rutes. Lieder drum. Chapter 6. Mögen. 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 Puff, 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 Puff. Yeah! Smash! Angeln müssen wir! Jaaa! Wieder nehmen Puppies geschossen. Oh, kein gutes Fleisch essen. Richtig! Ah, Fanksgiving auf. Ja. War hier oben noch irgendwas? Womit kann man nicht die Dinge hier aufmachen? Wahrscheinlich später mit besseren Waffen oder Werkzeug. Hier ist noch ein Helm. Wo ist hier? Esse, esse! Oh, ich hab ein Level ab, warte mal. Ja. Vielleicht kann jetzt Tiere auf der Karte sehen. Okay. Anfeile. Dann langsam Durst und Hunger mach ich jetzt. Feeling better? Good! You must remember to eat. Food is strength. And strength is survival. Follow me, you still have four words. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ebenfalls. Ich hoffe, du hattest Schöne. So, und jetzt müssen wir hier oben hin. Ja, aber wieder erst mit den Quatschen, bevor wir wieder losziehen. Ja. Ja. Ah, Mist. Hey, die Pizza Mars, brauchst du auch einen Boden. Bau ich nicht unbedingt. Ja. Ja. Die zweite Sache. Hydration. In anderen words. Sending water. Hops of it. Without water, you won't be able to run and your performance will be full. Hehehe. Hehehe. Ja, irgendwie musst du das zusammenspielen und beschmülen, ne? Aber das klappt ja jetzt. Jetzt müsste es besser als wir geübt haben. Ja. 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 Hehehe. Naja. Gott sei Dank ist Weihnacht hier noch ein, ne? Ja, erst mal. Gott sei Dank. Okay. Time for you to quench your thirst. The water there is mules. Die kennen wir alles. Die sollen im Grund suchen. Gut, gut, gut. Aber. Guck mal, ob wir sonst noch was finden hier. Kommt noch einer. Hau drauf. Mal feste drauf. Hier ist, glaub ich, noch was. Naja, hier ist noch meine Haiepflanze. Da vorne ist noch mal. Entschuldigung, aber du bist mir einfach zu nah gekommen. Hier ist noch eine Frucht für dich. Eine Frucht? Was für eine Frucht? Exotische. Oh, mhm. Was zu beißen. Decker, ne? Ich bin auf so einen blöden Helm aufgenommen. Was für eine Manier. Was für eine Manier. Man findet man hier auch 10.000 Stück. Ja, ne? Ey, jedesmal, wenn so fast so jedesmal droppt so ein Vieh ein, ne? Ja. Ist noch so eine Pflanze? Ne, doch nicht. Doch, doch. Oh, ne Wildsau. Aua. Oh, nichts getroppt. So, Fleisch, äh. Fleisch, Leder. Fleisch kann ich jetzt irgendwie hier braten, ne? Ja, was hab ich hier? Oh. Ich hab mir mein Fleisch weggeworfen. Oh nein. Oh nein. Oh, lass doch gucken. Da auch noch mein Fleisch. Was, das war mein Fleisch. Mein Fleisch ist weg. Ne, ich hab das. Du hast mein Fleisch. Ja. Ich hab's jetzt grad gekocht. Na toll, mein Fleisch. Mein Fleisch ist mein Gemüse. Ja, hier hast du dein Fleisch. Da hast du dein Fleisch. Zusammenfügen. Okay. Oh nein. Krovax rules. Krovax rules. Trinken. Gute Idee. Mach jetzt auch mal. Was? Trinken? Richtig. Richtig. Kopfschmerzen. Da kann man sich nicht konzentrieren. Ne, ne? Kein Meerwasser trinken. Okay. Nein, nein, nein. Das wollen wir auch nicht, ne? Kein Subwasser trinken. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. Okay, weißt du Bescheid. Die Früchte, die wir uns immer reinziehen, bringen auch Durchfall. Ja. Hahaha. Ich will kein Durchfall. Aber dafür. Guck. but also beeiner. ECHO bet, die wir auf den blowon.